Ich bin beschäftigt mit der Firma Leihrahm Graf, mit Hauptsitz in Gmünd. Man bleibt das Spektrum in Arbeitsbereichen mit Hochbau, Tiefbau, Energie im Telekom und im Holzbau. Die Kollegen sind alle nett und wenn ich Hilfe brauche, dann gibt es sofort jemand, der mir hilft. Am meisten Spaß macht mir die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, mit dem Techniker und mit dem Polier, weil da passt einfach das Arbeitsverhältnis und wir verständigen sich untereinander super. Wenn ich an Leihrahm Graf denke, sehe ich immer ein sehr zielstrebendes und sehr genaues Unternehmen vor Augen und was ich auch immer sehe, wenn ich am Arbeitstag zurückschaue, was wir gebaut haben, dass ich auch sehe, was wir erreicht haben. Untertitelung des ZDF, 2020